Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen liebe Zuschauer zum SG Index Checker Mittag präsentiert von der Societe General. Mein Name ist Bastian Kaluschka und wir wollen uns heute den Eurostoxx 50 aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Beeindruckende Leistung die die Käufer hier absolviert haben und gezeigt haben im Eurostoxx 50 keine Frage. Wir hatten uns über einige Widerstände zuletzt unterhalten. Hier wäre zu nennen die 3,438. Das wurde nach einer Kleinkonsolidierung überschritten diese Hürde. Dann auch diese Abwärtstrendlinie und zuletzt sogar die Abrisskante von Anfang August Ende Juli bei 3,467 bis 3,463 Punkten. Auch da ging es nach einem kurzen Tipp wieder nach oben durch. Also das zeigt die Stärke des Index derzeit. Die Käufer lassen kaum etwas zu. Das höchste der Gefühle war hier dieser Pullback an die Unterstützungszone um 3,400 Punkten. Und heute bzw. bereits auch zum Schluss der Vorwoche haben wir die nächste Hürde erreicht. Horizontaler Natur bei 3,496. Das heißt knapp unter 3,500 Punkten stellt sich dem Index ein weiterer Widerstand in den Weg. Bislang zeigen sich die Käufer auch hier noch unbeeindruckt. Es wird jetzt auf die Tageskerze drauf ankommen. Sollte sich hier eine bärische Tageskerze ausbilden, könnte man durchaus in den kommenden Tagen auch wieder etwas tiefere Kurse erwarten. Vielleicht sogar einen Rücklauf auf den Bereich um 3,465. Fräst sich der Index dagegen weiter durch. Und das könnte ja von den Mustern her aktuell nur passieren, wenn wir wirklich in der Hauptantriebswelle uns befinden, einer Welle 3 nach Elliott-Wellen. Dann haben wir hier schon die nächsten Kursziele. 3,515. Das sind hier die Hochs von April 2019, die auch dann nochmal als Unterstützung und Widerstand bestätigt worden sind in der Folge. Das heißt 3,515 hohe Aussagekraft und dann ein weiteres Widerstandsband zwischen 3,525 und 3,539, das sich hier aus zahlreichen Hochs und Tiefs ableitet. Schlussendlich das Hoch vom 04.07. bei 3,549. Also das wären jetzt noch so. Weitere Aufwärtsziele sollten wir uns hier nicht durchfräsen. Wie gesagt, bislang die heutige Tageskerze neutral. Sollten im Laufe des Handels dann am Nachmittag auch Abgaben reinkommen, dann wäre das ein Hinweis, dass die Hürden um 3,5, 3,515 erstmal zu viel des Guten, kurzfristig zumindest zu viel des Guten für den Index sein könnten. Also wer hier Longgewinne laufen hat, der muss sich natürlich nur die Frage stellen, wie er das managt. Ein Stopp aus der Tageschart-Betrachtung heraus macht weiterhin erstmal Sinn bei 3,406 und könnte dann natürlich angehoben werden, wenn jetzt vielleicht nach einem Pullback hier nochmal weitere Hochs entstehen. Also eine Stoppanhebung hier bis hier oben macht derzeit gemessen an diesem Muster noch keinen Sinn. Ansonsten kann man sich natürlich überlegen, okay, will ich hier vielleicht auch mal Positionen absichern. Das wäre möglich, dass man Gegenpositionen eingeht. Die Stoppsetzung ist schwierig, weil die bisherige Tageskerze kein klares Tageshoch markiert. Also 3,500 klar war das bisherige hoch, aber sie hat noch keine dermaßen shortige Aussagekraft, dass man sagen könnte, da versuche ich es mal. Also eine schwache Tageskerze macht noch keine Umkehr und aktuell ist diese Tageskerze neutral. Der Trend also intakt. Wann würde sich das Bild ändern, wenn wir jetzt beispielsweise nach dieser neutralen Kerze morgen eine schwarze Kerze hinstellen? Dann haben wir ein 3-Kerzen-Umkehr-Muster und könnten bis zum Zinsentscheid am Donnerstag erstmal nachgeben. Wir schauen uns das wie gewohnt auch nochmal detaillierter hier im Stundenchart an. Ja, hier sieht man, die Vola ist zum Erliegen gekommen, ist eingebrochen. Wir haben es im DAX auch schon thematisiert in der letzten Woche. Also ganz klar, dass hier die Käufer wieder die Oberhand gewonnen haben, nicht nur temporär, so wie es ausschaut. Hier muss man jetzt, ja, sich Stunde für Stunde weiter nach oben, ja, Stunde für Stunde neu orientieren. Aktuell geht es weiter nach oben. Wir haben ansteigende Hochs und Tiefs. Ganz kurzfristig die Hürde bei 3.500. Geht es da drüber hinaus, sehen wir auch hier gut, die Ziele aus dem Tagesschart abgeleitet, 3.5.15. Mit diesen Auflagepunkten hier dann 3.5.40. Das Zwischenhoch im Stundenchart vom 29.07. und schlussendlich 3.573, der Beginn der Korrektur vom 25.07. Auf der Unterseite werden sich jetzt viele fragen, wann entstehen denn überhaupt Verkaufssignale? Also man kann hier beispielsweise auch mit einer Trendlinie arbeiten und diese Tiefpunkte verbinden. Die hat bislang in den letzten Tagen immer wieder gehalten. Da sind wir also unterstützt um 3.491 sollten wir darunter brechen, wäre 3.478 ein Ziel nochmal. Also dieses Gap haben wir ja geschlossen. Und dann könnte es etwas schärfer korrigieren, beispielsweise in den Bereich des EMA 50 Stunde bei 3.460. Das würde dann der Situation entsprechen, wie wir es hier gesehen haben. Hier gab es auch nochmal den Rücklauf an das letzte Ausbruchsniveau und den EMA 50, ehe die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wurde. 3.460 wäre also in der kurzfristigen Betrachtung auch ein mögliches Kaufniveau für weiter steigende Kurse, für weitere Hochs. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, natürlich kurzfristig heiß gelaufen die ganze Geschichte, aber es setzt sich erstmal weiter fort. Wir scheinen hier in einer Hauptantriebswelle uns zu befinden. Das ist eigentlich typisch für eine Welle 3, dass die Käufer kaum etwas zur Unterseite zulassen. Das kann sich im Wochenverlauf noch ändern. Sie wissen ja, am Donnerstag der Termin der Woche der EZB-Zins entscheidet. Da geht es nicht nur um eventuell weiter sinkende Zinsen, sondern es geht auch um ein mögliches QE-Programm. Ja, Sie hören richtig, das wird schon wieder diskutiert. Quantitative Easing zum x-ten Male. Und ja, wird man sehen, ob sich da die Verantwortlichen in diese Richtung äußern. Wenn nicht, könnte das etwas Enttäuschungspotenzial bedeuten für den Markt. Aber bislang, wenn wir rein die technische Situation anschauen, der Status quo im Eurostoxx50 ist eigentlich Bullish mit weiteren Zielen über 3.500 Punkten, 3.515, 3.540. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den Eurostoxx50 oder auch einfach Positionen absichern möchten, habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht. Zunächst die Bullish-Variante mit der WKN ST85AC, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 3.148 Punkten. Der Hebel bei gut 10. Also wer auf eine Fortsetzung der Bewegung setzen möchte, vielleicht auch mit engen Stops, kann sich dieses Derivate anschauen. Ansonsten die Short-Variante für all diejenigen, die auf eine Umkehr warten oder einfach auch mal Positionen absichern möchten. Mit der WKN SC8 7PE, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 3.814 Punkten. Der Hebel bei knapp 11. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg, guten Wochenstart und würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten zum nächsten SG-Index-Check am Mittag. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.